Ich werde nicht gern durch die Luft gescheitert. Okay. Da ist der Benji! Hilfe! Benji, hilf mir! Fabi! Ah, ich versteck dir irgendwie fest. Ah, danke. Ich bin wieder draußen. Ich bin irgendwie im Föss und drinnen gesteckt. Ja. 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 Alter, ich weiß, was da habe ich gefallen. Ich wollte auf dich auf, ich hoffe, du hast mit der Seite geliebt. Alter, wo seid ihr so leid? Ich sehe keinen mehr auf euch. Ich sehe schon seit einer Minute keinen. Ich auch nicht. Das war der Ohr. Diger, was war des, Alter? So ein Depp, Alter. Das war der Benji, oder? Was, du gibst einen Aufzug? Luki, du warst Traitor. Jawohl, Luki. Wie, 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 wie bin ich gestorben? Du bist im Aufzug gestackt. Was? Ja, du bist... Ich bin mit dem Aufzug auch mit vorne. Dann bist du so komisch. Der Luke geht mir mit der Traitor. Woff und killt oder irgendeinen Scheiß. Hä, ich bin, ich bin auch mitgeleadscht. Ich kann nicht damit schuppen. Du weinig und bleib dort drin. Warum? Weiß das, Fabi, schau mal. Cool, 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 cool. Die konnte ich damit schuppen. Und das ist das Geil. Ah, gar geil. Benji, komm her, stell dir auf die Brücke mal kurz. Ey, bitte. Warte, der schießt wieder mal her. Ey, na, du schuppst. Ui. Jetzt schuck hier mein Bildschirm. Warte, mich hier auf. Ey, mach das doch... Hä, warum? Was da ziehst du, Ui. Ich... Nein, ich schieß gleich, wenn ich da war. Herz auf. Da bin ich mal nie toxik. Ja, jetzt werden alle anderen toxik. Super, Ui. Hello, Fabi. Okay, der Fabi ist... Okay, der Fabi ist... What the hell? Was war das? Der Traitor ist da drinnen. Was? Finden die da am Boden? Ach so. Ja, Benji, genau. Was? Die waren da am Boden. Du bist wieder geschossen. Ja, das schaut aus, wie man da in Deckung ist. Geh, du auch mal da hin. Bis jetzt habe ich es geschafft, nie toxisch zu sein. Ja, Alter. Hä? Wenn ich da bin, dann ist der Stein irgendwie ganz weg bei mir. Alter, ich schieb das Boot jetzt ins Wasser. Hilft mir, wer? Michi, wir sind infiziert. Jo, Junge, hör auf zum reden, da im Game. Wir sind ja nicht am Discord, da brauchst du ja nicht da noch reden. Luki, hör auf bitte, einfach. Luki. Hör auf im Game zum reden. Hey, im Reali im Game. Doch. Wir kommen. Geh mal runter vor allem das. Hey, immer noch im Game. Nein, jetzt nicht mehr. Jetzt? Nein. Okay. Alter, ich will mich einfach vor allem infiziert sein, Luki. Geh mal runter. Ich brauche erstmal ein bisschen zuh, ey. Ich bin so perfekt. Ich bin so großartig. Ja, ich will mich essen. Ich bin so großartig. Nicht hier, das wird so cool jetzt. Wie wir so kleine Kinder fertig machen. Jetzt bringe ich mal. Was ist das? 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 Ja, Mischi, wir sind die Besten. Wie wir denn so verhorchen. Der wird so gedacht, dass ich die jetzt stabiliere. Das geht jetzt. Cool. Wir haben wieder runter geschafft. Easy. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Es ist F*** Nina. Es ist Nina. Es ist Nina. Wie ist die Nina? Nein, nein. Ich bin nicht. Ja, ich sah nur dein Blut. Ich schütze mich. Ich hab mich eh niedergeschossen. Wie möchtest du mich raus? Nein, mir sollte der andere auch nur den roten. Bring ich um. Warum hüßt du sie denn aus? So? Was? Keiner hat das gesehen, Michi hat nichts getan. Ist er bei dir, oder? Ja, irgendwo liegt er. Ja, Michi! Geil, wir sind die besten Infizierten. Voll cool. Ja, jetzt ist es halt so. Easy, Alter. Wir müssen dann einfach immer Infizierter sein. Warte, komm, was in meinem Parkbau da? Luki, bist du inno's denn? Ja, was willst du da tracken? Es hört ja nichts, du musst dich ja nicht verwandeln. Jetzt sagst du bist Traitor, oder was? Das ist halt so lustig, Alter. Was? Nach. Wie kann auch Sieger-Bosen machen und so? Oder Verlierer-Bosen. Bleib mal du eben kurz vor, Mensch. Scheiße, Richard. Da ist gleich an. Wer ist Muni? Lisa ist murdered, Lisa. Was von ich sehe? Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Lisa? Wer ist Mereder? Das weiß ich. Ist es Lisa? Ich kenne mich die gern zum Ausbildung, mit dir. Bist du das? Alter. Die liebste ist ein Morde aufbarten. Ich glaubste es du auch. Es ist ein Wettbewerb. Hilf mir jemand Erstens mal Hallo noch mit, das ist das Game from Tarkov, so in der Beta Na, nicht in der Beta, aber in die early Phasen vom Game Labor gab's wahrscheinlich, das ist die Endgamezone Du kommst über an die eine, du brauchst eine Schlüsselkarte Ey, komm doch rein, ich kann doch weiter drucken Das Labor Ja! Ja dann druck weiter, du steht keine Schlüsselkarte Ah ja, scheiße Ok, wo haben wir Autobahnkreuz? Bei 7, 6, 5, 5, 4, 3, 2, 2, bei mir 2, bei mir 2, bei mir 0 Oh, ich bin drinnen Boah, Alter, in Ordnung Ja, ich bin irgendwie drinnen Oh, ich bin drinnen Oh, Alter, diese frische Fabrik Uuuuh, reden wir einfach irgendwo Oh, Alter Scheiße, Alter, wir können ja vorher Ah, AAH Eine in die Hürde Ich hab's noch geschossen Boah, mein Game, Alter Michi bist du in der Fall, ne? Alter, mein Game hat... Was ist das scheiße, net? Da können wir ja überall oben kämen Hm AAH Was hat sie tot? Na Du ist im Fall Ey, da war überhaupt schnell 4, 400 XP, Alter Puh Michi, da links, links, rechts von mir Von mir, rechts von dir Von mir, rechts von dir Da ist wir im Fall Na Hast du noch gebraucht Du musst mir schnell die Waffen snacken Ist das ein Spieler gewesen? Glaub schon, oder? Ja Der hat mich gekillt, Alter Schokolade konnten Jo, Kingler Alter Alter Bist du tot? Was? Mit dir bitte einmal Wie bitte Mein Fuß, der ist tot, Alter Mein Fuß, der ist tot Alter Alter Da geht's ab Alter, das ist ein scheiße Map Ich glaub, da spielen schon ein bisschen Das Spiel auf den Map Nein, das ist einfach so klein Das ist einfach so klein Und wenn du am Anfang nichts hast bist Das wird ge-fackt Äh Schau, ja, Bro Wot, wie kann man das nochmal machen? Das ist ganz kurz, komm Hey, Bro What's your night? Let's take a part, you know the drills Hey, wanna cooperate? Follow me Wanna party? Minus one Quiet, what the hell? Yo, Bro What's your night? Ja Nice, ey Shhh Du schütztest den alten Herren Scheiße Den alten Schock, ja da Hinterbogen aber den Dinger einschlagen Ist da irgendwas? Das ist okay, da Boah, weiter Soll da mal ein Lukas sein Loll Loll Mach rauf Mach rauf Schießen wir warum? Wie her, Bro, tschüsse Das ist so der Bunker Da kunst die vom Warum ist über die Oh der hell, okay Irgendwo stand die da Gehen wir in deinen Mülleimer zu, dann zu Hause Ja, gab's nicht Ja, ich hab keine Ich hab nichts Jungs, ich hab keine Der Bunker Ja, nein, der Bunker, Alter Alter Er kommt Mach zu, Alter Na, Kampf, Jungs Na, Kampf Ich versteck mich einfach, du Irgendwas Wie viel Ja, mir, Boy, ist verfeit, Alter Mach rauf Shit, I'm hit Ah Oh, er haut einfach Kill'em Was, zu ihm Nieder Alter, wie einfach das steht, Alter Ich hab ihn killed Nice Jetzt geh ihn looten Wenn du den Waffen überhast All gut, beklebt Jungs, ich hab nichts, Alter Ich hab nicht mein Muni Ich hab nichts Ja Ihr seid Teamate, Alter Egal Jo Ihr macht's das, ihr habt nichts, Alter Ihr braucht Schauschützengewehr Ihr braucht Schauschützengewehr Ich hab Mayonaise, das verwende ich jetzt Mich schießt jetzt Nein, jetzt He is a trade Alter, was holen Ah, mit raus Ich tritt Ich tritt Mayonaise Ja, nehmt wer das Schauschützengewehr Ich denk ja nicht Ja, nehmt, da gab's sie Ich bin ja so useless Ich hab sogar ein voll geiles Visier Da gab's nie cool ein Muni-Gam, glaub ich Für Schauschützengewehr Äh, wo ist das jetzt hier? Da gab's die Schauschützengewehr Was ist das hier? Na Ja, ne Ah, das liegt da Hey, warte, gab's die Kunde vielleicht Muni hier? Warte, schau Ist das ein Muni? Das ist sicher Muni unter dir Da Oder ist das Muni? Könnte sein Könnte sein, muss ich Gerne Ja, guck mal Ich hab's hier mal Ich hab's hier mal Ja, mach ich krass Ich hab's hier mal Ich hab's hier... Warum ist das B90. Ich hab's hier mal Ja sicher, der wird ja sogar da, Ghostlayer 999 fliegt. Ja, warum nehmt jetzt gar nicht Pistels mit, Alter? Ich hab Pistels mitgenommen, aber weil ich kein Magazin hab, Alter. Ja, ich hab gedacht, ich hab mehr Magazin mit, aber ach, wie die Falsche war! Ich hab' mir heil geglaubt, ob er sowas verfeuert. Soll ich...